Und ich freue mich auf Laura Fährbeck. Viel Spaß. Zur Auflockerung dachte ich, weil ich ja wie gesagt Meeresbio studiert habe und jetzt aber doch Süßwasser mache, machen wir eine Welle. Ich sehe zwar nicht so richtig viel, aber ihr kriegt es bestimmt trotzdem geregelt, oder? Also wer ist mit dabei bei einer Welle? Sehr schön, wollte ich schon immer mal machen. Mein Vortrag heißt sehr dramatisch, Revolution, Kopf über in die Hölle. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich ein Ärzte-Fan bin, jetzt werde ich 13 bin. Tatsächlich geht es um Süßwasser-Ökologie. Und jetzt muss ich was vorschieben, und zwar bin ich original vom Niederrhein, und da gibt es den schönen Satz, auf schwarz sieht man alles. Das stimmt bei mir nicht, meine Präsentation ist ganz dunkelgrau. Das liegt daran, dass ich behaupte, das, was ich gerade erforsche, kommt auch am Ende raus. Das weiß ich aber noch nicht, das wird sich dann zeigen. Ich bin jetzt so auf halber Strecke und fange die Datenanalyse an, das ist ganz böse. Noch irgendwie ein Punkt, und zwar geht es bei mir um Biodiversität. Biodiversität ist das schlaue Wort für Artenvielfalt, weil man benutzt ja Fremdwörter nicht, um verstanden, sondern um respektiert zu werden. Und Biodiversität kennt man so landläufig als viele Arten ist eine super Sache, wenig Arten ist doof. Das wäre in diesem Fall die Glücksbärchis zu Voldemort. Es gibt es auch andersrum. Man kann auch ein paar seltene Arten haben, aber halt wirklich nur ein paar, und es ist trotzdem cool, dass wir dann hier Alfons, der Viertelvorzwölfte, auf Lummerland wohnen halt nur viereinhalb Leute. Lummerland ist trotzdem super. Und man kann auch echt viele verschiedene Sachen haben, und es ist trotzdem richtig scheiße, dass es dann, wer schon mal die YouTube-Kommentarspalten gelesen hat, ganz böses Pflaster. Von daher bin ich nur so mäßig begeistert, dass wir auch auf YouTube landen werden. Aber gut. Der Einfachheit halber, und weil es intuitiver ist, bewegen wir uns trotzdem weiter von den Glücksbärchis zu Voldemort. Weil es geht bei mir um Teiche. Und Teiche sind da, man sollte immer meinen, die sind da halt, und dann passiert nicht viel. Es kann aber auch mal sein, dass der eigene Gartenteich auf einmal deutlich anders aussieht als vorher. Und zwar nicht so schön dekorativ hübsch. Sondern auf einmal hat man da so eine ganz eklige grüne Suppe. Und was da passiert ist, ist, dass das Ökosystem-Teich durch einen sogenannten Tipping-Point ging. Ein Umkehrpunkt. Das wäre der Tipping-Point so im Moment, sozusagen. Tipping-Points sind, wie gesagt, Umkehrpunkte. Also von vieler großer Art und Vielfalt kommt man auf einmal ins sehr wenige, finstere. Das gibt es nicht nur in der Biologie, das gibt es eigentlich überall. Also die französische Revolution, von der Monarchie gehen wir in die Demokratie, naja, fast. Man kann es in der Wirtschaft haben, wenn es eigentlich ganz gut läuft, und dann auf einmal nicht mehr. Man kann es auch im normalen Leben haben, das ist jetzt das romantische Liebesbeispiel. Heute Mittag, als ich hergefahren bin mit dem Zug, fiel mir noch ein, das eine Freundin mir neulich erzählt hat, sie fand Tequila immer sehr lecker. Ja, bis sie mal zu viel davon hatte, jetzt ist es nicht mehr gut. Bei mir sehen Tipping-Points, also Umkipppunkte, so aus, und weil ich in Teichen arbeite, die heißen auf Englisch Pond, und es geht um Tipping-Points, heißt mein Projekt total kreativ, Tipping-Pond. Lustiger Biologenhumor. Ich arbeite mit Phytoplankton, das sind winzig kleine Algen, das sind so 25 Tausendstel eines Millimeters, deswegen mikroskopiere ich eigentlich den lieben langen Tag nur. Und wie komme ich an meine Proben? Naja, meistens mit dem Eimer Wasser, so nah draußen. Das ist offizielles Probenehmen bei mir, deswegen komme ich auch heute im Gummistiefel, das ist meine Arbeitskleidung. Naja, nicht alles, aber man kann auch. Die linke Seite sind sozusagen Feldbeprobungen, die rechte Seite sind mehr die Laborexperimente, rechts unten sehen wir Mesokosmen im Aufbau, das sind so eine Art Mini-Simulationsteiche, weil man kann ja nicht daherlaufen, in einem Dorf einfach mal alle Teiche verseuchen, da macht man sich keine Freunde mit. Das da drüber ist ein Plankton, das ist meine sogenannte Plankton-Disco, die ist sozusagen die Hightech-Variante. Und was mache ich dann damit? Ich sortiere. Planktologie in meinem Fall ist ganz viel zählen, also von der einen Art habe ich drei, von der anderen habe ich fünf, da habe ich siebzehn und da 1345 und ich habe sie alle einzeln angeguckt. Ja, super spaßig. Wenn ich dann meine Daten habe, habe ich halt auch eine Artenliste und das sind hier so charmante Vertreter, das wären dann Pediratium, Burionum, Phacus Curve Cauda, Closterium Venus, Synedesmus Quadricauda und Monorofidium Contortum und das kann sich kein Mensch merken. Deswegen geht der Rest meines Vortrags um Pac-Man und seine Kumpels Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Man ist ja auch so im Herzen Nerd und so. Das wäre dann unser Ökosystem in diesem Fall. Also wir haben wunderbar viele Arten, diese großen Punkte, das sind sozusagen unsere Nährstoffe, das Leben ist schön, das wäre so dieser grüne Teich, dieser wunderhübsche Dekorative vom Anfang. Jetzt passiert eine sogenannte Störung, eine Disturbance, wie das schon auf Englisch heißt. Zum Beispiel kommen deutlich mehr Nährstoffe auf einmal rein oder es wird sehr plötzlich sehr viel wärmer oder irgendwas. Wenn Pac-Man diese großen runden Punkte frisst, dann wird er stark genug, um die Geister tot zu kriegen, die sonst ihn tot kriegen. Das stellen wir uns jetzt also mal als Disturbance vor, dass da auf einmal ganz viele Punkte von diesen großen Dingern sind und dann sieht mein Ökosystem nicht mehr so aus, sondern so. Dann macht das Spiel nicht mehr ganz so viel Spaß. Jetzt haben Tipping-Points ein Problem und zwar sind sie nicht reversibel. Das ist wie mit dem Tequila vorhin, da müsste man eine negative Menge an Tequila trinken, damit man das Zeug wieder abkommt. Das ist jetzt irgendwie doof, weil wenn mein Ökosystem einmal hops gegangen ist und ich es nicht wieder zurückkomme, dann habe ich möglicherweise Arten verloren. Ich habe irgendwelche Tätigkeiten, die das Ökosystem sonst für mich durchgeführt hat, zum Beispiel Wasser zu filtern, kann es auf einmal nicht mehr und das ist alles irgendwie doof. Deswegen, also wie ein schönes Beispiel, hier so ein Dominostein, wenn der mal umgefallen ist, dann steht der nicht von selbst wieder auf. Und es braucht deutlich mehr Aufwand, um ihn wieder aufzustellen. Woran ich jetzt die ganze Zeit forsche, ist erstens zu merken, wie sieht so ein Tipping-Point überhaupt aus, wenn man ihn eben im Detail anguckt und gibt es Early-Warning-Systems. Also, weil das ist doof, das hätte ich dir auch vorher sagen können, das hilft mir hinterher auch nicht. Und ich, Mann, wenn ich aber vorher weiß, dass so ein Ding kommt, kann ich ja möglicherweise was unternehmen, dass es eben nicht mehr kommt. Und es abwendet das große Drama. Ich brauche einen Whistleblower, einen Phytoplankton-Whistleblower. Und die Dinge sind deutlich schwieriger zu finden, als man meint, weil alles ist immer irgendwie anders und alles ist immer irgendwie kompliziert. Aber das Schöne ist, weil, wie gesagt, Tipping-Points überall in der Welt vorkommen, kann ich theoretisch hinterher sagen, naja, ich habe jetzt aber das Muster gefunden. Ich habe meine ganzen Milliarden Daten durchsortiert und ich kann jetzt Tipping-Points erkennen, bevor sie stattfinden. Und dann kann ich die französische Revolution also nicht abwenden, dann muss ich eine Zeitreise machen. Aber vom Prinzip her könnte ich dann Tipping-Points auslösen, wann ich möchte, oder sie abwenden, wann ich möchte, und zwar überall. Also man könnte dann auch am Ende ein Paper schreiben, wie ich eine Revolution auslöse, in drei einfachen Schritten. Also wenn das dann so in anderthalb Jahren, die Welt ist ja an sich schon unruhig, vielleicht mische ich dann da mal mit. Das kann man dann ja mal schauen. Und das war es auch eigentlich schon. Dankeschön. Laura Feebeck. Vielen, vielen Dank fürs Whistlen. Vielen Dank.